Hi Wolfgang, ich hoffe dir gehts gut. Leider Gottes können wir uns jetzt ja leider noch nicht sehen. Ich hoffe das klappt ein andermal und ich habe gesehen, dass du jetzt auch in der Zeit versuchst die Kids mit Videos zu versorgen fürs Training. Ich finde es eine klasse Aktion und dass du Benfica-Fan bist, besser gehts ja gar nicht. Ich schicke dir ganz ganz liebe Grüße, bleib gesund und dann hoffentlich bis bald. Yeah! Hey! Hola und ja Julian, mein Trainerkollege Jürgen, meine Mannschaft, die U15 der Spielgemeinschaft Bischofshank-Waldorf und ich haben uns sehr über deine Videobotschaft gefreut. Mein Schwager Mario Felix, der in Benfica geboren ist, hat mich schon vor sehr langer Zeit zum Benfica-Fan gemacht. Im Urlaub war ich schon in sehr vielen Bereichen Portugals unterwegs und kann sagen, Portugal ist ein wunderschönes Land. Als ich an Silvester von deinem Wechsel nach Benfica erfuhr, war ich begeistert. Mit deinen Qualitäten passt du perfekt in das Mittelfeld der Mannschaft. Wir hoffen auch, dass wir unser Trainingslager nachholen und uns mit dir in der Stadt Lissabon treffen können. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem viel Erfolg mit Benfica.